Hier sprechen wieder Miu, Hallöchen und Oster zu einer weiteren und neuen Folge Haves Moon Back to Nature und wir haben etwas zu verkündigen im Moment, ja verkündigen vor allen Dingen, verkünden Wollen wir kündigen oder was verkündigen? Nach vielem hin und her und netten Worten, dass jetzt doch mal eine Hochzeit stattfinden soll und ja, wir wollen auch eine Hochzeit sehen, haben wir jetzt ein Ergebnis im Moment zu 9 zu 8 für die Karin, yay, Jubel, wahrscheinlich aus der Kommentarsektion jetzt heute ist dieser Kekstag, wir können keine Kekse backen, weil wir den Mixer nicht haben, scheiße Trotzdem wollte ich das einmal sagen Wir sind dann, also wenn sich jetzt nichts ändert und wir das schaffen, bis zum Ende des Frühlings wird es wohl daraus hinauslaufen, dass wir am Ende des Frühlings, ja richtig Heiraten werden Ich übernehme das wenigstens, oder wenigstens dann in dem Dreh so dieses, den Antrag stellen Nein, siehst du doch Und was soll ich jetzt sagen? Ich, ja, Miu, ich, Miu, Miu, ich Ja Stelle hiermit ein Verbot auf, es darf nicht mehr bei den Frauen gewechselt werden Echt nicht? Nein Vor allem, es war so eine nette Gehste mit dem ersten in und her wechseln Es war so nett, dass einmal gewechselt wurde, damit wir jetzt Karin heiraten können, aber es bringt uns nichts, wenn dann jemand anderes nochmal wechselt, damit das eben wieder Gleichstand ist, weil wir wollen weiterkommen und wir kriegen diesen Fortschritt nur, wenn wir auch endlich heiraten, weil dann gibt es erst neue Events und deswegen Verbot jetzt von mir aus, ist mir egal, ob ihr dagegen stimmt oder nicht, das ist meine Entscheidung, ja, kein Wechsel mehr So, außerdem, wie gesagt, das wurde ja schon in der Kommentarsektion, habe ich das schon ein bisschen besprochen, das ist auch dieses, wenn wir jetzt nicht heiraten dieses Jahr und sich das rausläuft, ich empfinde es nicht als spannend, weil es keine Spannung ist in dem Sinne, und das andere ist natürlich, sonst wiederholen wir einfach nur im Groben das erste Jahr und ich denke mal, dafür ist keiner hier, weil, wie wir auch erfahren haben in den Kommentaren, manche Leute haben es aus Zeitgründen oder einfach nicht geschafft, weil es einfach doch viel Arbeit ist, in Anführungszeichen, hier durchzuhalten, mehr als ein Jahr zu spielen, Wir haben keine Mio an ihrer Seite, zum Beispiel, und dann möchte man auch gerne mal diese Events auch sehen, weil wir die noch nicht erlebt haben, deswegen auch dafür möchte ich gerne auch von mir aus, dass wir jetzt langsam mal in die Heirat kommen, für mich ist es das späteste, was ich überhaupt je geheiratet habe bei Harvest Moon, weil ich bin normalerweise der Typ, der hier sofort alles an Land zieht und in dem ersten Jahr alles hat, sozusagen Man muss ja auch dazu sagen, dass du auch die einfachste Frau gewählt hast, du hast ja Elli geheiratet gehabt und die kann man ja auch ganz easy-peasy schon im September heiraten Ja, weil die halt nur blumen will, also September, schieb dir keine Monate, schieb dir im Herbst Man kann die einfach schon im Herbst heiraten, so, Punkt Ja, genau, eigentlich ja, genau Deswegen, du hast es dir einmal schön einfach gemacht, dafür bist du auch nie weiter als drei Jahre gekommen Richtig, auch weil ich einfach nur irgendwie, zwar ohne Ende Geld hatte und so, aber niemanden irgendwie Kontakt hatte Eben, und jetzt hast du mich und die Community an deiner Seite und wir leiten dich durch die Jahre Ja, genau, so ist es ja auch gedacht Ein Heiratet niemand anderen, niemand Besseren So habe ich das ja auch gewollt am Anfang des IPs und das kam mir mit der ersten Folge nicht so raus, wo ich dann noch alleine vorgesessen habe Echt voll grausam Ja, es kam mir zu den letzten Jahren raus, das ist einfach Viele sagen, ja, so große YouTuber und so, die schaffen das nicht so, communitybezogene Sachen zu machen Klar, ist dann auch schwieriger Auf der anderen Seite ist es halt so, ich bin jetzt ein kleiner YouTuber, okay, und irgendwann will ich verwerbschen sein Auf der anderen Seite ist es aber auch trotzdem so, ich möchte trotzdem immer so Sachen machen Wie jetzt hier, habe ich mir nun da auch Katawa Chojo, wo ich dann sage Die Community darf ich da natürlich darüber unterhalten Ich habe da so keine Meinung dazu, was ich da genau selber will, sondern Was meint ihr denn, welche Frau soll ich da heiraten oder welche Frau soll ich da anbaggern bei dem anderen Spiel? Da kannst du heiraten? Äh, ne, also anbaggern Ich habe ein bisschen gespoilert und das wird vielleicht Kann ich das so sagen, es wird ich unbedingt jugendfrei Muss ich ja mal sagen Und ich weiß nicht Du willst nur die Leute anlocken Ne, ne, da muss ich wahrscheinlich, der ist ja noch nicht so weit Aber es ist, ich habe es, ich habe es nur selber gespoilert Was war das noch passiert Ähm, jetzt nichts Explosites, aber Ich weiß so ungefähr, dass da Das sind ja nur alles bilderbasierende Sachen Aber das sind dann Bilder, die muss man vielleicht nicht unbedingt Und die muss man vielleicht zinsieren Oh, scheint in etwa fünf Tagen soweit zu sein Echt, ich will sie jetzt auch sehen Ja, deswegen, genau jetzt Nein, aber wie gesagt, das sind so Sachen Ähm, nicht deswegen, aber Wo man auf die Community immer fragen Ich, ich möchte die Community immer fragen Bei allen Sachen Also ich finde, Wilma sieht auch nicht gerade jugendfrei aus, ja Das stimmt, aber Hier ist so jugendfrei Sogar die Euter sind zinsiert Alles in Ordnung Nein, nur durch Fett kaschiert Das könnte natürlich auch sein Und ich finde Fett ist auch nicht jugendfrei So Guck dir diesen Hintern an Das stimmt Nein, auf jeden Fall Wie gesagt, meine Meinung nach Egal, ob ich jetzt irgendwann, ob ich jetzt morgen aufwache Und da sind, äh, 5000 Abonnenten Warum auch immer, ähm, das so sein sollte Ich will immer versuchen, diese Sachen zu machen All diese, diese, diese Community-bezogenen Projekte Weil mir das Spaß macht, einfach mit Leuten Darüber zu diskutieren, oder dass die Leute halt darüber diskutieren Von alleine, ähm, was das Beste wäre Oder wo man hinsehen soll Und so Was, warum ich lachen muss? Weil, Leute mit Wollfetisch Natürlich auch, äh, Freddy Nicht jugendfrei sehen Warum? Das ist so mit am Fetisch nicht jugendfrei Nein Ich ziehe das zurück Du musst mir das nicht genau erklären Reicht mir so, wie es da steht Und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt Dass ich halt dieses, ich mag das, wenn, halt So Wenn ich das zwar spielen kann und so anleiten kann Aber so im Hintergrund diese ganzen Entscheidung Ja, gehe ich jetzt nach links nach rechts Oder so Du bist nicht der Führer Ich bin der Führer Von mir aus auch das, aber Verdammt Dazu wollte ich nichts sagen Aber ich habe keinen Führerschein Genau, auch das Ähm Du musst es trotzdem lassen Ja, die Lizenz zum Führer Und ich weiß Ne, äh So Da war ich genau Und das weiß mir auch Ich freue mich einfach über jeden Klick, der hier irgendwie passiert ist Äh, nicht, nicht, weil ich dann Weil ich klickgeil bin Einfach nur, weil es mich freut Dass jemand gesehen hat Nein, ist ja so Und mich erstaunt das auch Und mich ersetzt das einfach so in Ehrfurcht Das ähm Jetzt fast knapp ähm 200 Leute hier auf dem Channel Sich ab und zu halt ähm Videos anschauen von mir Und das ist halt nicht dieses Die schauen sich Videos an bei YouTube Und das machen viele Leute Und auch in jeder Altersklasse Sondern die schauen meine YouTube-Videos Und die sind hier Und gucken sich meinen Scheiß Oh ja, danke Ähm Ja, das ist nicht so schlimm Die gucken sich halt den Scheiß an, den ich fabriciere Den ich mir ausgeradetiere Und das ist Ein cooles Gefühl auf jeden Fall Und auch Wie gesagt, das ist auch sowas, was ich sagen würde Ich mach das YouTube-Ding ja nicht nur, weil ich das Ähm Ich weiß nicht, weil ich das mache Einfach, weil ich irgendwie Langeweile haben Sondern auch Klar, weil wir euch dieses Ähm Weil ich das machen, weil andere Leute daran Spaß haben sollen Und mir das Spaß macht Und mir macht das auch Spaß zu zocken Und das verbindet sich so schön an Und ich mach das nicht einfach so, weil ich jetzt Ich hab ein Computer, ich hab ein Aufnahmeprogramm und So Fertig Oh, hallo Ostra Sprichst du auf mit Kai Als er ins Dorf kam, war er noch ein Teenager Aber den Holzfäller-Gotts, der oben auf dem Berg wohnt Ihm in den Mineralienbucht ein Der hättest es nicht vorlesen müssen Aber irgendwie Nee, keine Ahnung Jetzt fällt mir das auch nicht mal an Ja, super Hallo Böbü Ich kennst du viel Da haben wir ein tolles Wetter heute Böbü Ellen und ich essen am Wochenende immer Apfelkuchen Wir beide lieben den Apfelkuchen Die ist im... das was gibt Böbü Ja, eigentlich weiß Du sollst mit dem Böbü nicht aufhören Mach ich auch nicht Wieso? Wieso soll er nicht damit aufhören? Was ist daran so zu tun? Das ist meine Interpretation Ist mir egal Ähm, hier ist zu Sehr gut Verschlossen Ja Nein, du musst die falsche Frau, die ich erwartet habe Die da jetzt rausstiefelt Es ist ja lustig, wenn Frauen ein Schwitz enthalten, aber... Okay, du bist also unterwegs zum Dorfplatz Ach shit, da war sie wahrscheinlich 10 nach Kommt's da raus, das Maus Nee, hier muss ich gar keine Blüche mehr hinzugeben theoretisch Hallo Ellen, wir wollen nicht mit ihr reden Doch reden muss ich ja trotzdem mit ihr Damit das mit den Herzen so bleibt Sonst schwächt das hier wieder ab Du kriegst kein Geschenk von uns So, ja jetzt haben wir kein Thema mehr Jetzt bin ich fertig mit reden und du sitzt jetzt nur so Hm, schweigsam Wenn du was zu sagen hast und sagst Ich sing hier vor mir hin und du? Ich vertrage kein Alkohol, also gehe ich abend selten in die Schenkel gut Du bist voller Idiot Ja, was heißt singen? Toll Ich sag aber... Ja, was? Ja, sag doch mal einfach was zu dem, was ich gerade gesagt habe Zum Beispiel Ja, ist doch schön Ja, wow Wow, morgen geht die Welt unter Ja, wow Ist ja scheiße Ja, so Wow, toll Super Ja, also hast du keine Meinung dazu was zu sagen? Gut, okay, dann halte ich, dann reden wir wieder über Ich renne hier rum bei Harvest Moon Jetzt gehe ich aus dem Gasthaus raus Vielleicht werde ich danach zum Strand gehen und angeln Danach werde ich wohl auf die Farm von Bale gehen Mit dem alten Mann mal als Deo-Roller ausleihen Meinen Hund streicheln Danach werde ich in die Berge gehen Jetzt habe ich eine Frage Warum nimmst du den alten Mann als Deo-Roller? Ich steuere mir Glatzeart Und ähm Ja Was? Da ist halt aber keine ganze Glatze Jetzt ja egal Dann hast du halt Deo-Roller mit Haaren dran Ist völlig egal Ist auch widerlich Nein So, dann machen wir einfach nur dieses ganz normale Ich spiel jetzt Helmut Moon Hast du jetzt davon? Ich mache nichts mehr Keine Ausflüge mehr in irgendwelche Richtungen Mein Leben oder irgendwas interessantes Machen wir sich um den Laden und mein Bruder um die Hühner Die hat ein rotes jetzt Ja Papa muss eine Menge vertrauen in meinem Bruder Der Meer hat er überhaupt nichts beigebracht Jetzt hast du geschafft Okay Das ist mysteriös Wir haben ständig mit ihr geredet Ja Das reicht bei der So Sie war ja schon orange Vielleicht finden wir auch nachher Karin irgendwo Aber erstmal gehe ich jetzt nach Barley Steicheln die Glatze Ja Aber der ganze Glatze Was da so ist das sogar Ich dachte, er hätte irgendwie noch Herrchen da hinten am Kopf Und doch was im Mai Wahrscheinlich in der Kirche Im Sonntag Ist ja schönes Wetter So, ja dann Gehe ich jetzt in die Berge Wie schon gesagt Und hack da Holz Außerdem werde ich mir noch das letzte Kraut holen Ähm Dinge halt, die man hier bei Heavens Moon macht Ich muss ja überhaupt nichts Es ist ja jeden Tag spannend bei Heavens Moon Interessiert ist überhaupt nicht was ich laber Während wir hier sitzen Ist ja auch in Ordnung Kann ich ja auch mit leben Ne Aber nicht umgehen Ne Ja, so ist es Was willst du mir jetzt damit sagen Ich hoffe zu lachen Und ja jetzt kannst du einfach mal sagen Was Ja coordin ne ja Nein Einfach Ja Unert kannst du was sozusagen das wollte ich darauf wollte hinaus ja ich bin nicht so gut drin in großen reden spiele ich auch nicht aber ich glaube aber warum hier jetzt aber du hast auch keine meinung großreden schwingte eine sache das siehst du dir aus der nase so wie ich das mache ich habe meine meinung das schon gesagt ich habe die irgendwie nicht gehört das ist schön nach heute nicht das war deine meinung aber ich habe das doch schon mal gesagt warum soll ich das dann wieder sagen ja ich habe es vergessen und ich bin ein alter mann und alter aber mann den mann auf die sprüge helfen muss okay eventuell muss ich sagen so toll wäre besser echt ja ist mir zu anstrengen die mir auch also ja gut also nein nein einfach nur nein zum protokoll führen was ich gerade so von mir glaube keine meinung doch aber ich habe die schön gesagt ich kann sie dir gerne noch mal sagen doch auch gesagt ganz kurze kurzfassung ja ganz ganz ich finde es auch schön ich finde es auch schön wie vorhin auch das war deine meinung in engenze es geht ja nicht um das schön sondern es geht einfach darum ich mache das vorrangig ja nicht unbedingt weil ich lange weile ab gut aber das kann ich da nicht sagen ja und ich sehe das tut mir leid dass das jetzt erwähnen muss dann so rück links so und dann kann sich jemanden vielleicht auf die füße trete aber ich finde manche leute die haben so keinen antrieb welches schnodder wenn ich das so sage die haben kein antrieb irgendwie es ist ja nicht so wie gesagt es wird er sehr schnell zum beispiel nach dass man klickgeil ist oder keine ahnung irgendwas aber einfach wenn ich mit irgendwas anfangen ist jetzt weiß ich für die schule lernen eine neue sprache lernen aus eigenem antrieb oder eine programmier sprache lernen oder what the fuck keine ahnung was ich weiß oder lernen wie das neue handy zu bedienen ist völlig egal dann mache ich das doch weil ich das machen will und weil ich das erfahren möchte und nicht weil ich gerade lange weile habe ich nicht wirklich ein buch was wir gerade die hände fällt über kernfusionen einfach weil ich gerade lange weile was ich meine ja so das geht ja bedingt geht das schon dass irgendwie sachen aus lange weile machen bei aktiven sachen geht es ja nicht und so ist es ja auch man ist ja hier aktiv mit dem lp das heißt ich muss das aufnehmen muss zu bestimmten sachen tagen raus bringen weil ich das möchte und da ist es dann halt so ich warte mal eben hier dass wir ins gasthaus kommen nebenbei gesagt da ist es dann halt so ich mache das nicht weil ich lange weile habe so und weil ich irgendwie die beschäftigung brauche bei vielen finde ich kommt es so leicht rüber so das heißt du sitzt dann da alle bitte eintreten und dann schön wir haben du auch nur sitzt dann da und irgendwie denkst du bei manchen channeln so die machen das einfach nur weil die computer haben und aufnahmen und die wollen damit nichts erreichen die wollen damit irgendwelche aufmerksamkeit eventuell keine ahnung wofür also schwierig kann das schweren zu sagen ich sage es ist schwierig den punkt bringen bitte jetzt will ich mal sagen jetzt lässt du mich nicht zu wort kommen immer wenn ich ansätze dann redest du weiter ja ich will dir nur die dialoge wird ganz normal weiterreden so gut schön verzeihung hatten wir hatten wir hatten sie jetzt nur an die jetzt ja echt cool okay wollte ich nur kurz zwischen so was ich dazu sagen wollte ich kann ja nicht großartig was dazu sagen weil es dein channel ist nicht mein channel und du ja eigentlich eigentlich du machst alles damit ich bin ja einfach mal dabei gut ich komme von der arbeit zum beispiel heute ich komme von der arbeit und sage hey wir müssen noch habe es nun aufnehmen das ist nicht hey wir müssen noch habe es nun aufnehmen klar manchmal ist es auch hell wir müssen noch aufnehmen ja ja gut aber es ist einfach so klar das ist was was mir spaß macht sonst würde ich es auch nicht machen aber für mich ist es ja nur so nebenbei ja gut das ist nicht weil ich lange weile habe sondern es macht mir zu schon spaß aber ich mache es halt wirklich nur nebenbei gut ja gut okay das ist ja klar aber du machst du hast ja zum beispiel auch mal nein mir hat keinen eigenen channel mehr das wird auch gefragt ob du einen eigenen channel hast irgendwie jetzt in den letzten folgen nee ich hatte mal eins genau deswegen kannst du ja zum beispiel auch sagen du hast es ja zum beispiel zum teil ja auch oder du kannst dich ja du kannst ja trotzdem sagen findest du sag ich jetzt mal jetzt so als hypothese dazu findest du es besser wenn du versuchst zum beispiel und ziel damit hast zum du hast ein ziel weil sie nicht was über kernfusionen zu lesen und das ist auch dann zu wissen oder du liest das buch einfach nur damit das buch gelesen hat ja gut das ist ja eigentlich klar war hier auch so ist es okay für dich okay keine so krasser meinung jetzt aber ist es für dich okay dass du das ist das ja okay dann machen das leute einfach nur weil die irgendwie langeweile haben und ich meine wir haben channel gesehen und ich muss sagen und es war irgendwelche keine ahnung channel da lief im hintergrund lief irgendwie noch der fernseher und und keine ahnung was also ja und lief dann auf der fernseher und du weißt nicht genau was du damit anfangen solltest einfach der hat einen computer ich finde es auf und der will damit gar nichts erreichen und der will gar nichts sie will es nur für sich machen das ist ja auch in ordnung aber ich finde es muss qualität trotzdem haben wenn du sagst okay ich habe langeweile macht aber das zocken spaß und deswegen mache ich das einfach weil ich dann ist dann dann finde ich das okay es machen es machen wirklich sehr viele und es würden auch weniger werden wenn wirklich die leute dazu stehen würden die sagen komm ich habe eine aufnahmesoftware oder ich habe die jetzt geschenke kriegt und ich mache das nur weil jeder das irgendwie macht dann würden ganz viele nicht mehr youtuber sein sage ich jetzt mal oder videos einfach nur aufnehmen das wäre einfach würde wegfallen und man würde besser gesehen werden und leute die das ernst man hätten größere chancen das ist wahr und ich finde es auch ich fände es cool wenn die leute auch zugestehen würden dass sie das nicht machen weil sie was erreichen wollen sondern einfach nur weil sie kein hobby haben dann sollen sie sich ein hobby suchen finde ich und dann sollen die was vernünftiges machen aber da kannst du wirklich was mit erreichen finde ich nämlich auch es gibt halt es gibt da leute die wollen was damit erreichen und die haben die chance dazu nicht weil weil sie gar nicht gesehen werden können es ist dieser prozedere bei youtube einfach du kannst es nicht richtig analysieren wie du gesehen wirst am besten und wie du es schaffst dass leute es ist ja egal ob die leute dich hinterher mögen aber du das erste was du erreichen möchtest ist ja gesehen werden und eine bewertung bekommen auch gut oder schlecht das ist ja erst mal egal du möchtest einfach nur irgendwie eine reflektion haben eine reflektion auf das was du tust und wenn du merkst 50 leute sagen dass es scheiße was du tust und zwei leute sagen dass es gut was du tust dann überlegst du dir selber ja auch wenn das alles so scheiße finden mache ich das überhaupt weiter ja und es gibt auch viele die an so hat zum beispiel schon gut gegangen sind ja oder es sind einfach nur hater und du sagst komm hater interessiert mich nicht ich mache einfach mein ding durch oder andere sagen oder du hast halt eben die chance dass leute sagen können du bist toll macht doch weiter du hast eine gute art du redest gerne du kannst spaß vermitteln das ist schön dazu zu sehen und das macht du vermittelst kannst diesen spaß auch vermitteln das finde ich gut dann hätte man natürlich eine größere reichweite reichweite und so und andererseits ist es halt so du kannst den leuten das nicht verbieten nein natürlich das will ich auch nicht sagen das will auch keiner tun es gibt ja auch so generell es ist einfach nur generell finde ich ist ist so einfach meine meinung wer meint nur die aufnahmetaste drücken zu müssen und dabei fernsehen zu gucken und ich weiß nicht bei facebook zu chatten oder so der soll auch die aufnahmetaste nicht drücken der soll sagen kommen wir mal vorbei ich will aufnahmeprogramm nicht denn ich mache das gar nicht ja so fertig der soll es dann einfach lassen weil solche videos sind nur schrott und die will auch keiner sehen für viele wir wollen das auch selber nicht sehen aber die stellen das halt hoch dann für die aufmerksamkeit und christian aufrecht ist ja auch einfach weil du gespannt darauf bist du bist gespannt darauf was passiert und ob das klicks kriegen würde und klar kriegt des klicks weil erstmal siehst du nur die überschrift und du siehst nicht den inhalt aber sobald du merkst der inhalt ist schlecht ja ist ja wieder weg aber der klick bleibt ja trotzdem es kann ja keiner sie sagen von den zuschauern hey der hat 50 klicks das kann ja sein aber du weißt ja nicht wie lange geguckt wurde ja das weißt du nicht und du weißt ja auch und sogar der super 3d thumbnail und die super überschrift verraten natürlich nicht über den inhalt und auch nicht über die qualität zum beispiel es gibt ja auch nicht nur dass es gibt doch diese nutzen ist hat jetzt sagen in irgendeinem kontext fällt das wort grong oder pewdiepie oder wer auch immer gerade und das video hat nichts mit dieser person zu tun es hat nichts mit irgendwelchen inhaltsvernehmen zu tun oder überhaupt das ist einfach nur dieses banane wort und einfach nur dass dieses wort da drin erscheint mit das extrem hoch gewertet ich finde habe ich auch schon gesehen ich habe dass dieses ausnutzen von anderen leuten und persönlichkeiten du kannst ja sagen jetzt kann ich ja nicht sagen okay ich spiele heute nicht habe es nun ich mache heute mit selina gommes mache ich hier und dann irgendwie nenne ich das halt so und bringen dann sammeln von rein und dann denken alle erst mal und statt meinem profil bild kommt dann einfach das bild von ja irgendwie so was klicken drauf und dann selena gommes fan sind und genau und dann hast du das erst mal und dann hast du das erst mal und das ist halt dieses klick geil das ist halt diese eine sache und egal wir verlaufen uns dahin in ein thema ich glaube da können uns keiner helfen die kernaussage zu üben dass es jetzt ausgerichtet ist die kann das sage für mich war einfach nur diese sache mit der community genau das ist das warum ich überhaupt youtube machen das ist ein ja egal weil irgendwie nein du hast ja ich hatte angst dass mir irgendwann deswegen habe ich so gemacht also werden wie im radio man sieht uns nicht gerade ist ja ich wollte ich wollte zum punkt kommen ich wollte das ende machen nein wie gesagt mir persönlich sind diese community sagen wichtig ich möchte das hier machen weil ich spaß daran habe und auch weil ich wissen leuten daran spaß vermitteln will am zocken weil es auch auch zum einen weil es dieser grund ist einfach dass in medien und so viel dieses gerücht ist zocken macht dich dumm zocken macht sich zum abläufer zocken macht sich zu einem schlechteren menschen und wenn du wenn du überhaupt zwei zocken kennst dann bist du ein arsch und so in den drehen auf jeden fall gewalttätig wird sehr viel in den medien und so gesagt und du bist auch auf jeden fall dumm zu auf jeden fall zu 90 prozent dumm und das möchte ich auch so ein bisschen vorgreifen ich agiere dumm und ich mache dumme sachen in den videos natürlich das gehört auch dazu das ist aber auch eine art von unterhaltung irgendwo die eventuell fruchtet oder nicht ja und das war eigentlich einfach mal wenn meine kennaussage dann so das war's mal jetzt auch die letzten sachen wieder die jetzt in den kommentaren waren so man toll und so und da freue ich mich extrem drüber das wollte ich einfach mal alle erkennen und das hat jetzt irgendwie die ganze folge gedauert wir sehen uns beim nächsten mal harvest moon ihr könnt das werten wie ihr wollt und oder vielleicht mir eure meine dazu schreiben das war natürlich auch noch ganz interessant für mich morgens darf jetzt mache ich eine redepause und mir darf die letzten worte an euch richten meine güte halt einfach die klappe und du darfst noch nichtmals mehr tschüss sagen so wenn euch die folge gefallen hat trotz über rede schwall dann lasst doch ein däumchen nach oben da bis zum nächsten mal ostrasakern tschau